Ja geil Digga Jungs, jetzt gehts los man, richtig chillig, Super Bowl gucken nebenbei, UNO daddeln, Alter, jetzt müssen wir, fuck, wir müssen noch 10 Stunden streamen, was ist das für ne Kacke, ey ihr dürft nicht meine Karten sehen, ne? Hey, wer ist KI Luna? Ja, ein KI, Alter. Was ist ne KI? Ich weiß gar nicht, wie UNO geht. Muss auch ein bisschen dumm. Was kann ich jetzt setzen? Probier's aus. Gleiche Farbe oder gleiche Zahl? Du hast gezogen. Oh, plus 4 für Rumatra, aber er darf jetzt Dings wählen, ne Farbe. Ja, ihr kommt, du bist ein fettes Stück. Ey, scheiß KI lässt mich zwei Karten ziehen. Oh, ich hab die Szene nicht geändert, ups. Hä? Und das lässt mich sogar aussetzen. Was war das denn? Irgendwie Karten tauschen oder so. Wie dumm. Hä, was hat, du hast jetzt meine Low Karten bekommen? Wer hat meine Karten bekommen? Ah, das ist übergeil. Ich hab geile Karten bekommen auf einmal. Jo, meine Karten sind ja ultra lit. Hä, warum ist hier so ne riesen 7? Was ist jetzt los? Hä, das hab ich jetzt nicht verstanden. Ich wollte die Karten, oh mein Gott, jetzt hab ich wieder Max eine Scheißkarte, ne? Hier Max, nimm. Schmeck wie Plus 4. Wie schmeckt das Max? Schiech. Äh, ich tausche ja eh gleich die Karten. Aber warum? Ey, was soll das denn? Ja, oh mein Gott. Da tauscht man die Karten. Was ne Scheiße. Was ne dumme Scheiße. Ne, das macht gar keinen Sinn, das Game. Hier, nimm. Danke. Da hast du direkt wieder, ja, ja. Nein. Hast du noch meine, hast du noch meine, hast du noch meine? Du bist zu wild geworden. Scheiße, Alter. Welche Farbe hast du am wenigsten gern, Max? Orange. Na, gib mir erst mal deine Karten, ne? Wieso tauscht man mit einer 7 die Karten? Null tauschen alle in einer Reihe, 7 darfst du auch noch mit wem? Hey, ja, gib mir eine Scheißkarte. Was, was, was willst du von mir? Ja, gib mir mal deine Karten wieder, Max. Komm, tauschen noch ein paar Mal. Wie findest du das? Natürlich. Kartentausch finde ich echt unglaublich beschissen. 3-0 für die 49ers. Wie call ich hier Uno? Oder muss ich das? Links unten. Das war rechts unten, du bist ein Lügen, Alter. Du bist einfach scheiße. Ach, du bist ein Wichser. Du bist ein scheiße Wichser bist du. Welche Farbe hattest du? So, das werde ich dir sicher nicht sagen. Alter, wie viele Tappen willst du noch ziehen? Hä? Hör doch auf, Karten zu ziehen. Ich kann mich ja aufhören. Du weißt, dass der mit weniger Karten gewinnt am Ende, gell? Nicht der mit den meisten? Ey, das hat automatisch gezogen, bis ich die Karte hatte. Junge, das hätte automatisch geblieben. Oh, nur die letzte Karte, muss ich irgendwas drücken? Ja, du musst erst mal noch eine Karte ziehen und noch eine Karte. Wie viel denn? Stopp! Ich zieh noch eine Karte. Stopp! Ja, zieh sie alle, du bist so scheiße, Max. Junge, du bist so kacke. Oh Mann. Das kann ich aufnehmen, um Matra, du bist auch scheiße. Wow! Zieh noch ein paar, Max. Ja! Oh, es wird mir so glücklich, wie dein Kartenstab immer größer wird. Hast du das Spiel schon mal gespielt vorher? Ich bin mir da nicht sicher gerade. Ich hatte eben nur eine Karte und konnte nicht gewinnen. Jetzt hast du eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Karten, Max. Es zieht, bis du die richtige Farbe hast, oder bis du legen kannst. Oh, Matra hat nur noch zwei, dann erstmal einen ruhigen machen, Matra. Die Moth fand ich geil, diese übelste. Ich dachte, du wärst witzig. Ja, super. Super, es geht wieder los. Fünf, Matra, kannst du? Oh. Mhm. Ohohohohohohohohohohohoho. Was? Das klingt, hat Iluna gefickt. Alter, 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 ihr seid dumme Wichser und ich bin fertig. Oh mein Gott, Alter. Ach, das ist zu Ende, dann können wir nicht mehr weiterspielen, die anderen. Äh, ich hab gewonnen. Ich bin der Sieger. Nicht schlecht, Digga. Ich find's echt scheiße, wie schlecht Max wird. Also Max hat einfach noch null Punkte, das ist geil. Alter, Firex, Junge, was machst du denn hier noch? Alter, der kleine... Willst du ein bisschen mitmachen hier? Wir brauchen noch so ein, wir brauchen noch so ein, so ein bisschen Österreicher, der reinchokt. So einfach mal, der eine schlechte Hand hat. Der ein bisschen über den Tisch gezogen wird. Bist du dabei, oder was? Ich bin ja schon im Bett, für die Einladung. Matra, Gebur. Äh, ja, sehr gut, aber dann, äh, na gut. Dann auch viel Spaß beim Superbowl und, äh, eine gute Nacht. Klar, ist auch schon nach zwei. Sehr spontan, auf eine Uno-Session eingeladen zu werden. Wär auch echt abgefuckt, dafür extra nochmal den PC hochzufahren und alles in der Licht anmachen. Die ganze Scheiße. Ich sterb. Digga, können wir ganz schön viel legen hier gerade in der Runde, ne? Ich glaube, wir müssen nicht mehr so gut gucken. Hm. Hm. Ja, alle nicht mehr viel cuten. UNe. Ah, das ist unangenehm. Wisst ihr, welche Farbe Chef Strubbe hat? Nope. Aber was die keine Scheiße jetzt machen, ne? Das ist keine Scheiße. Das ist definitiv no shit at all. Der Typ muss richtig aufsammeln. Alter Chef Strubbe, übernimm dich nicht. Nenn nicht so viele Karten auf einmal. Passt dich, schweil. Was schwörst du? Bei mir auch. So ein Witz, dass er diese Karte zieht. Das ist so ein Witz. Scheiße, die Laufmann hat grün. Die laufen außen rum. Not bad, oder? Drecks, ja, aber. Hm, er hat kein Grün. Ah, wie schlecht. Er hat kein Grün und er hat immer noch kein Grün. Also merken, Max hat keine grünen Karten. Mach auch nicht. Doch, hier, guck mal eine. Und er hat auch keine Eins. Er hat keine grünen Karten und auch keine Eins. Das darf ich laut sagen. Grüne, grünen Karten, keine Eins. Und rot hat er auch nicht. Er hat nur gelb und blau auf der Hand. Ah, wie schlecht. Oh, okay, ja gut. Ich bin so dumm, Alter. Es ist nicht Liebe. Es ist eine richtige Karma-Faust, Alter. Die Karma-Faust aufs Karma-Auge. Er hat nur gelb und blau auf der Hand. Schön mit der Faust in die Fresse. Er hat nur gelb und blau auf der Scheißhand. Die Leute sind so toxic in meinem Chat auf Romatra. Ich weiß gar nicht, was abgeht. Ja, die streamst du denn? Nee, ich streamst du denn nicht, Digi. Mach doch mal den Stream jetzt on. Ja, gleich, hier kommt einer rein. Grüß den Hundesohn mal von mir. Gönn mir mal richtig, Romatra. Prost, Huhn. Ich hasse Basti. Warum gibt es eigentlich zwei grüne Fünfer? Es gibt für jeden gerade nur eine. Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wieso denn? Was ist denn mit dir? Ich bin im Down. Jetzt bin ich gerade ganz tief im Down. Zum ersten Mal. Würdest du sagen, I come from a land down under? Jungen, die Leute. Ja, aber Basti ist komplett besoffen. Der ist Sternhageldicht. Und du musst zwei Karten ziehen. Das ist in Ordnung. Nein, das ist nicht. Du ärgert dich schon ein bisschen. Gibst doch wenigstens zu. Ach komm, ja, aber Basti, du dummes. Der Leidig ist einfach so quer durch die Bank, ey. Wir reden danach nie wieder. Kein Bock mehr, ich fechte an. Er hat nur noch blaue Karten. Er hat nur noch blaue Karten. So, ich sag's jetzt, wie es ist. All right, dann müssen wir da aufpassen. Ich hab mich dafür fürs Team geopfert. Ist gut. Ich geb' ich dir gleich mal noch eine mit, dass du auch eine mal aufnimmst. Oh, Mazra, du bist deine Mom von mir. Er redet auch gar nicht. Das schmeckt auch gar nicht. Oh, fuck. Max, grüßt deine Mom von mir. Oh mein Gott, Alter. Das ist ganz geil. Was ist das für eine kranke Scheiße? Er hat sich das Spiel ausgedacht. Das macht einfach jeden aggressiv. Wieso heißt dieses Spiel nicht mehr, Mensch, ärgere dich nicht? Ja, aber Basti soll auch seine Scheiße machen. Ja, Basti ist bei mir im Chat und lacht die ganze Zeit. Ja, guckst du in den Stream, Alter. Ja, aber Basti, guckst du in den Stream, oder was? Ja, das ist okay, dass du anfechtest. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, geil. Ja, zieh mal, bis du neuen Karten hast. Will du mal Wichser. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Naja, scheiß auf den Romatra. Lächerlich. Alter, wir sind einfach auch mal ein All-Time-Subrekord. 10.781. Das ist halt dick, Alter. Das ist halt dick. Und du hast doch so gesagt, niemals. Ich weiß, ich hätte echt nicht gedacht, dass es so krank ist. Du bist halt ein bisschen dumm, aber gut, dass du, äh, ja, hab ich vorher gemacht. Alter, Coco Loco, du bist eine Legende. Du bist eine Legende, Coco Loco. Ich wollte eigentlich auf. Verarscht. Schade. Oh, du bist so kacke. Wie kann man da verarscht sagen und dann so scheiße sein? Fick dich. Ich will nicht mal die Farbe ändern. Ich will einfach nur, dass du vier Karten ziehst. Das ist also klar. Sechs. Weißer, läuft gerade so gut bei mir. Ich nehme sechs Karten auf. Oh, das ist so geil. Ich liebe dieses Game. Ja. Nee. Geht's dir gut? Wie, nee? Ablegen. Nee, nee, komm, kämpfe es. Kämpfe es. Ich bekämpfe hier gar nichts. Na, schlimme Romante kann ich Mbappé aussprechen. Mbappé. Alter, Mann, Basti. Ich schweig, lass dich überall bannen. Nur einfach Aussage. Ach, fucking Shakira, anfechten. Fick dich, Max. Was hat der? Romantra für eine Farbe? Er hat eine blaue Karte gehabt. Blau? Ja, er hat blau. Ja, Digga, er hat Mindgames, Digga. Ja, deswegen habe ich es angefechtet. Romantra, welche Zahl? Ich weiß nicht mehr, ich glaube zwei. Ich glaube zwei. Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine blaue Karte. Scheiß da drauf. Oh, du bist so scheiße, Max. Ich habe extra angefechtet, nur um dich zu ficken. Nee, mir ist es egal, ob ich sterbe, aber Hauptsache du gehst mit mir unter. Weißt du, was ich meine? Du weißt, was ich meine. Du könntest uns doch. Er hat immer noch eine blaue Karte. Eine seiner letzten Karten ist blau. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, was die letzte Karte ist. Hm, was hat der? Ne Fenio. Das ist mutig. Oh, was? Das ist doch kein Ende. Oh, Mann. Er hat aber auch keine blaue Karte. Ja. Hat er nicht. Der Schlange spielt. Oh, du bist so scheiße, Max. Du bist so scheiße. Du bist so scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Junge, diese Macht. Fünf Sekunden, wie ich diese fünf Sekunden ausgekostet habe, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.